so weiter geht's mal hier schräg rüber hast du das na ja ich höre die gegner schon ballert ich nämlich so weiter bis der meine waffe mal hier gezogen hat hier so schön im haus da ist es so blau hinweis gelöst dann wollen wir mal weiter ich weiß gar nicht wie das ist wenn man den einzelspieler spielt der hat mir vorhin ganz was anderes angezeigt vom namen her was ich da spiele aber hier kommt der saaten mutter oder doch nur ein schuss meine knarre auch auf mich hat einer geschossen oder warst du das eigentlich nicht also ich habe nicht auf dich geschossen diesmal es sei denn meine waffe hat super verzogen aber eigentlich so komisch hatte man nach vielleicht also kann auch durchaus sein dass du auf die saaten mutter geschossen ja ah ok weil ich stand da nämlich gerade bei der saaten mutter ja das kann sein dass ich dich dann aus versehen mal so gekratzt haben war das doch hier ja auch hier ist noch einer vorsicht links oder was denn ich lauf gerade weg ich trage er hat mir vor welche verpult du warst doch nicht die saaten mutter um doch nicht du selber also ich sehe gar nichts von hier es ist voll weit weg du wittert es gleich ich weiß doch gar nicht wo der hin ist der typ das waren zwei sogar jetzt läuft einer wo du ballast gerade ja das war ja wieder was ich glaube ich sehe ihn hier ja ja ich glaube der ist hier hier irgendwie drin ach so ich sehe da kein hier in dem türmchen alter der ist genau wenn du reingehst rechts da alles klar ich dachte es wäre nur einer ist von zwei wenn zwei ja ok ja die säcke